Der vierte Fall. Wenn-Fall oder Akkusativ. Man fragt mit wen oder was. Robert sucht den Radiergummi. Wen oder was sucht Robert? Den Radiergummi. Dich. Vierter Fall. Sie sieht den Hund. Wen oder was sieht sie? Den Hund. Vierter Fall. Wir sehen den Onkel. Wen oder was seht ihr? Den Onkel. Dich. Vierter Fall. Sie besuchen die Familie. Wen oder was besuchen sie? Die Familie. Dich. Vierter Fall. Ich gebe ihr den Blumenstrauß. Wen oder was gebe ich ihr? Den Blumenstrauß. Dich. Vierter Fall. Er hat einen Pullover bestellt. Wen oder was hat er bestellt? Einen Pullover. Dich. Vierter Fall. Der Lehrer zeigt dem Schüler den Aufsatz. Wen oder was zeigt er dem Schüler? Den Aufsatz. Dich. Vierter Fall. Wem zeigt der Lehrer den Aufsatz? Dem Schüler. Dir. Dritter Fall. Wer zeigt dem Schüler den Aufsatz? Der Lehrer. Erster Fall. Die Mutter kauft ihr einen Ring. Wem kauft die Mutter einen Ring? Ihr. Dir. Dritter Fall. Wen oder was kauft ihr die Mutter? Einen Ring. Dich. Vierter Fall. Wem kauft ihr die Mutter einen Ring? Ihr. Dir. Dritter Fall. Wer kauft ihr einen Ring? Die Mutter. Erster Fall. Der Zwerg hat eine Mütze auf. Wen oder was hat der Zwerg auf? Eine Mütze. Vierter Fall. Wer hat eine Mütze auf? Der Zwerg. Erster Fall. Erster Fall.